Okay, sie kommt auch. Sie macht den meisten Schaden. Sie ist tot. Ach komm, stirb, bitte. Danke. Du sollst die da töten. Danke. 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 Ja, Up to Town ist schon mal auch gut. Äh, Up to Town. So. What ails you, my friend? So, mach es so. Jetzt haben wir ein paar Potions. Können auch einfach hier eine Potion auf full Mana nehmen. Hallo, mein Freund. Bleib ein bisschen und hör'n. Wow, was kann ich für dich tun? Wow, was kann ich für dich tun? Grüß Gott, Herr Master. Willkommen in der Tavern des rückwärts Sonnen. So, mal gucken, ob unser... Farmer noch was zu sagen hat. So, Farmer ist weg. Gut. Äh, Scroll of Identify können wir mitnehmen. Dann können wir eigentlich in den Hive mal rein. Schauen. Ja. We have long lain dormant, and the time to awaken has come. After our long sleep, we are filled with great hunger. Soon now, we shall feed. We are... Fehlthredde Pfeiler. Hat jemand was dazu zu sagen? Jetzt, wo wir die Quest aktiviert haben... Hello, my friend. Stay a while and listen. Nö. Well, what can I do for you? Okay, sie haben keinen Dialog für die Quests eingeführt. Ja. Und ich habe keine Ahnung... Äh. Der Höllen ist auch okay. Okay. Hebt nicht viel aus. Vielleicht sind wir schon overleveled. Ich habe so das Gefühl, wir sind overleveled. Da. Ja, okay. Mit einem Rülpsten hat sich unser Mana verabschiedet. Auch gut. Shredded. Aha. Da geht es schon zu level 2 runter. Ein Ring. Den ich gerne. Also, merke für den nächsten Charakter, nach den Katakomben, erst... Hi. Was bist du? Psych-Op. Das ist wieder Spiele. Das ist wieder Spiele. Wow, wow, wow. Oh, soo... Äh, seit wann generiere ich Mana? Ich hab doch nix mit Mana, Leech, oder? Wow, zurückhalten die so wenig aus, die Diener. Wow, zurückhalten die so wenig aus, die Diener. Oh, tot. Okay. Mamma mia, eh. Okay. 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 So, hier ist eine Sackgasse. Und ja, ich muss auch sagen, wenn die Map offen ist, ist es sehr schwierig, Gänge von Mauern zu unterscheiden hier. Shredded. Die Zerhexelten. Ja, sie sehen aus wie Badage einer Mumie, nur ohne die Mumie dahinter. So. Noch eine Sackgasse. Oh, cool. Äh, warum läuft es da aus? Oh man Gut Ach nun Töten Axt Brauchen wir nicht Komm her Zunächst sind die erstens instant hit und zweitens instant tot Wäre das hier unten wie mit den Sukubi, äh, die am Rad drehen, ganz ehrlich Wäre das hier nicht Diablo 1 Asper-Uraltspiel? Ja Asper-Uraltspiel Würde ich das als künstliche Schwierigkeitsgrad einstufen Hello, mein Freund Stay a while and listen Marder plus 25, hör, warum nicht? Ne, Marder plus 25, der bringt nicht so viel Oh nein Wow, what can I do for you? So Okay, ich hab keine Goldhauften Ich hab Oil of Aqueousy und Oil of Sharpness noch Wow, what can I do for you? Ja, den Staff of Swiftness Den haben wir ja bereits Dawn Staff of Swiftness Doppelgänger Staff of Destruction Und ein Schild, das es sich bringt Ich hoffe, es gibt auf den unteren Etagen nicht noch mehr solche Anti-Manat Das wäre nervig Solche Gegner kannst du ruhig geben Und diese Dinger, die nehme ich gerne Das war ein Elixir of Dexterity Leere Truhen Habe ich immer so gerne Eine Horde Freude macht mir nicht so viel aus Weil ihr trefft mich so gut wie nie Sag ich und werd getroffen Wahrscheinlich aber eher durch ihren Mundgeruch als durch sie selber Oh, was ist denn das? Das ist niedlich und tot Ein Hawksborn, okay Mal heilen Klein Vieh, was schnell stirbt Ah, da ist ne Small Chest Komm her, Small Chest Ja, sonst nix hier Das ist nicht so gut